Hey, ich bin Nerds Play und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Charles Bill zusammen mit Fanta Miau. Hallo. Und Tanzbär 2000. Mein Sonn. Der Begriff ist Stadium und wir haben jetzt 10 Minuten dafür Zeit. Juhu. Ach, du bist ja auch so lust. Schau mal dich an. So, das ist ja so ein Frageprojekt. Nein, wird es auf der nächsten Folge sein. Ja, und damit wollte ich auch gerade schon zum Thema kommen. Ich weiß nicht, was ich bauen soll. Und ihr könnt ab sofort, sobald dieses Video online kommt, auf meinem Discord-Server und in den Kommentaren unter den JustBild-Videos Fragen stellen. Und die werden wir dann in JustBild beantworten. Oder Treasure Wars. Nein. Ja, okay, ich habe eine Frage. Findet ihr meinen Kanal cool? Ich beantworte es nicht für euch. Ja. Negativ. Okay, Werbung. Es kommen die Skin-Tage von Brawl Stars. Wir kommen zu Brawl Stars. Am heutigen Tag. Tun wir uns Heldin Bibi kaufen. Ähm. Und ja. Ähm. Letztes Mal haben wir uns den Brawl Pass gegönnt. Und heute können wir uns den Heldin Bibi Skin, mit dem ich ein bisschen spielen werde. Aber davor muss ich noch Gems aufladen und dann sehen wir uns gleich, wenn ich die Gems aufgeladen habe. So, da haben wir die 360 Gems und kaufen uns damit Heldin Bibi. Was soll ich dazu jetzt sagen? Rausschneiden. Äh. Äh. Das ist so schön drin. Das kann ich bauen bitte. Oh, so ein Stück Kacke. Also. Also. Ich. Ich weiß es auch nicht. Ich schon. Jetzt weiß ich es. Auch schon. Auch schon. Agathe. Na gut, lassen wir das. Das ist Schmutz. Ich mein, wir sind generell Schmutz, da muss man ja jetzt nicht viel drüber reden, aber. Ey, dann sagen das noch die Zuschauer. Aber die wissen sie ja schon. Ja, von dir. Ja. Oh mein Gott. Ich hab aber auch keinen Plan, ob ich Sponsor. Ich schon. Aber ich glaub, der Plan wird nicht aufgehen. Sind jetzt schon drei Minuten vergangen und ich hab... Zwei Minuten. Kannst du auch nicht erzählen. Und es wird ruhig. Dun 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 dun. Ja, ich mein. Was soll man noch, noch antworten? Ja. Nimm, du musst einen Vorschlag machen. Gut, was macht denn dein Ferien? Außer Masterpick spielen. Äh, meine Aufgaben machen für die Schule. Ja. Hast welche? Ja, wir haben auch welche, ich muss lesen. Ha. Ich hab nix zu tun. Alter, wirklich. Und ich muss auch Zeichen machen. Ich kann's nicht machen, da hab die Sachen nicht mit. Das musst du machen. Das ist so ein Rezeptding, da bin ich eh sofort fertig. Da fehlen noch 10 Striche oder sowas. Und nur, sie hat gesagt, wenn das eh nicht... Aber es schaut jetzt eh so aus, dass wir am Montag fix in die Schule gehen und somit hab ich da eh kein Problem. Und wenn, dann schreib ich sie halt, dass ich die Sachen nicht mit hab, weil sie das nicht gesagt hat und dann... Doch, das fragst du. Nee, ich hab sie gefragt, ob wir sie mitnehmen sollen und sie hat gesagt, äh, also eigentlich nicht, weil sie nicht davon ausgeht, da ist der Ding, Ding, und ansonsten müsst ihr nur so andere Sachen machen. Jetzt gibt's uns aber die Sachen, Ding, vielleicht einer C noch die Aufgabe, wenn sie, wenn's dann doch sich raussteht, dass keine Schule ist. Was ist eigentlich mit Turnen bei euch? Ähm, bei mir? Die seltene Aufgaben wie wir. Ja, eben bei mir. Ja, ich hab's aber ein bisschen verspätet abgegeben. Aber ich... Manche haben geschrieben 120 Punkte, genau. Ja, aber ich versteh nicht, wann man das... Der hat nie geschrieben, wann man das abgehen muss. Ich hab ihn gefragt, den Sportlehrer, Ende des Lockdowns. Also nach den Semesterferien. Ach so, oh gut. Wir sind noch nicht fertig. Ach so, ja, Tin hat nix gemacht. Ich hab die Übungen gemacht, Tin sitzt daneben. Und wer machte die Übungen so schlampig? So ein fauler Sack. So das schneid ich raus. Das war zu viel. Ja doch, das war zu wenig. Du wirst sowieso rausgeschnitten. Alles, was du bis jetzt gesagt hast, wird rausgeschnitten. Weg mit dem. Ja. Ich will dich nicht. Weg mit dir. Ja, okay, dann bin ich aber auch weg. Tschüss. 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 Es geht ab. Äh, ich... Gar nix. Was hast du zum Essen bekommen, Neppen? Was? Was hast du zum Essen bekommen? Äh, Knoblauchremsuppe. Fein, fein. Feiner Frott. Fünf Minuten? Ja, ich werd' wahrscheinlich schon noch fertig. Ich auch. Ich muss noch ein bisschen hier was setzen. Über was können wir reden? Ich... Es ist immer still bei euch. Das mag ich nicht. Okay. Er such dir ein Thema aus. Mach ich. Ja, okay. Mein Stadium sieht extrem so hoch. Wie soll unser Brotpast heißen? Das ist ein guter. Wenn's überhaupt dann gibt. Ja, wenn... Wir wollen. Aber... Nur wenn wir wollen. Ja, eh. Aber wer sagt, dass wir wollen? Jeder. Das halte ich für ein Gerücht. Sind sie Kobolds? Es gibt ja Kacke. Auch in Farmlife gibt's Kacke. Da kriegt man für Kacke Geld. Äh... Soft Peppers. Sag ich. Ja. Nein. Es gibt keine Spinnenweben. Was? Es gibt keine Spinnenweben? Haha. 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 Verhext. Auf dem basiert alles, was ich bis jetzt gebaut hab. Ja. Aber... Es gibt es halt nicht. Ich muss damit leben. Ich baue das Beste. Das habt ihr noch nie in eurem Leben gesehen. Sowas Schöner. Achso. Also sowas hässliches. Ich verstehe. Ähm... Ob es keine Spinnennetze gibt? Bitte sag, dass es welche gibt. Nein, es gibt wirklich keine. Leck mich. Bitte nicht zuhören. Das war jetzt nicht ernst gemeint. Okay. Da, wo du nix hast. Ja, jetzt mit den Spuren spielen, wem sieht das Kacke aus, sag ich gleich. Ja, das stimmt. Wobei es geht. Aber mein Stadium sieht halt trotzdem nicht geil aus. Ich hab nur ne Tribüne geschafft. Hab ich mehr geschafft. Ich auch. Ähm... Oha, du spaßt. Wohin? Ich brauch noch ein zweites Tor. Ich hab halt viel zu spät. Wir haben ja alle die gleiche Idee. Ich hab auch ein Fußballstadion gemacht. Ich hab auch ein Fußballstadion gemacht. Aber halt... Ja. Hässlich, oder? Ja. Wie lange haben wir noch Zeit? Dann muss ich immer in eine Tribüne pflastern. So, was gibt's da für schöne Blöcke? Klatter Stein, her damit. Jetzt krall ich nicht. Oh, ja. Oh ja. Nein, halt bitte. Gleichfalls? everybody everybody lalilu er denkt sich halt nur mit welchen idioten spiele ich eigentlich ja das freut mich ja also müssen wir nicht so ich werde nicht fertig ich werde auch nicht gibt es brauneier wenn ich mir das gibt Ne, Pumuk, Jonas, wir müssen mal auf hungriger Hugo reagieren. Das ist lustig. Nein, hör auf mit dem Sch... Hä, das ist lustig, du. Okay, jetzt kann ich noch schnell ein Tor bauen. Dann bin ich sogar fertig. Aber das geht sich halt von der 2 nicht aus. Mir sieht's jetzt nicht so gut aus. Ja, nein. Nein! Ich wär fast fertig geworden, tatsächlich. Werf es meinen? Junge, so viel hast du geschafft. Ja. Ja, das ist geil. Ja, ist wirklich gut. Gib mir, liebe ich. Im Vergleich zu dem, was ich gebaut hab, ist es gut. Na, es ist auch so gut. Ich mein, es ist selten, dass die Tribüne so weit oben ist und so steil, aber es ist gut. Da wird... Es ist von Jimmy Barski. Da wird irgendjemand verprügelt. Jonas. 15 Uhr, Biller Parkplatz. Hä, das ist Fußball, Tino. Wo ist denn... Das ist im Turnen mit einer Holzbank oder sowas. Fußball, ist doch ein Tor gewesen. Äh, ich seh nicht. Das ist... Das ist meins, nur schlechter. Oder nicht mal schlechter, aber es ist meins. Das ist nur Kacke. Es ist deins. Also nicht meins. Nein, es ist nicht meins. Es ist von Kick. Gib'n gut. Weil es ist schön halbwegs. Von wem ist das? Da kommst nicht einmal rein. Äh, doch von Uta Born. Nee, gib'n geht so. Ich find' den Rasen dumm. Ja, schlecht ist... Keine Zuschauer, keine Zuschauer gibt's. Hab' ich auch nicht hingeschafft. Ich hab' nur die Ding, wo die Mannschaften drinnen sind. Nee. Es ist ne Buch? Nee. Äh, das ist so wenig. Weil ich dir ein großartig, äh, liebe ich gegeben hab, geb' ich dem ein Gut. Es ist jetzt halt nur schier rausgefertigt, aber der hat nicht... Warum ist die Tribüne soweit? Oh, äh, das ist Publikum. Das geht! Das ist echt nicht schlecht. Warum ist das meins? Das ist wirklich meins. Das ist nicht deins. Du sagst, das ist schlecht? Gib'n Liebe. Jetzt schau' die Tribüne an. Halt. Hä, die ist besser als wie meins. Ich hab' nicht einmal eine. Das ist deins. Ah, so wollt' ich's am Anfang bauen, aber da... Ich hatte drei Minuten weniger Zeit. Aber warum bauen alle Beton? Beton ist hässlich. Hä, ich hab' ja eh mit normaler Wiese gebaut. Das willst du von mir. Ja, aber ich mein' die hier. Ich hab' auch mit normaler Wiese gebaut. Beton ist aber ein bisschen zu geil. Ja, das ist deins Ding. Hä, ich hab' gesagt, ich hab' keine Tribüne. Bist du blöd? Und diese Tore sind so hässlich. Ja, aber ich hab's fast genauso gebaut. Ich? Ja, ich hab's fast gebaut. Und schwimmen wir denn noch eine Runde, oder? Wenn's sich ausgeht. Aber eher nicht. Das ist deins. Nein, ich hab' gesagt, ich hab' keine Tribüne. Das ist kein Stadion. Das ist einfach ein Fußballplatz. Warum bauen alles von... Meinst du, das ist ein kleiner Ausschnitt eines Fußballplatz... äh, Stadions? Ich hab's nicht gewertet, geil. Super! Nee, der Wehrbauten... 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 Nee, so hässlich. Geht so. In zehn Minuten nicht mehr. Ja, hey, die Spieler. Nicht mal, da konnte ich... Nee, der Wehrbauten... Nee, der Wehrbauten... Dann konnte man im Semmel... Der Bobby hat das gebaut. Das ist interessant. Nein, Junge, wenn das meins, werde ich mich gefreut. Okay, das sieht aber auch geil aus. Das ist ja so. Großartig, das ist schön. Und meins ist nur... Meins ist nur ein bisschen besser. Viel besser. Nein. Deins war auch gut. Ja, aber in der Mitte... Was ist das? In der Mitte... Da gehört nur ein Punkt. Das ist meins. Äh... Die Tore sind lege, oder? Okay. Großartig. Nee, ich krieg den gut. Ich krieg den gut. Ich hab dir dunkelgrün gegeben. Du gibst mir jetzt das Beste, was du hast, ne? Ich hab's gut. Okay, ich hab den Great noch gegeben. Oh, ich wär Dritter. Ich wär Dritter gewesen. Ich hatte gleich viel wie der Dritte. Nur weil du ein F hast und ich ein P bist du vor mir. Äh... Oh, nee, nee. Doch, das war gut. Ja, das ging. Dann... Gut, aber das... Nee, das... Das Video ist eh schon wieder 15 Minuten oder sowas. Ja, mach halt nichts weiteres. Ja, kann man ja dann machen. Gut, aber ich würd sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn's euch gefallen hat, könnt ihr eine positive Bewertung da lassen und bei den anderen vorbeischauen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, bis dann!